Guten Tag, mein Name ist Markus Schütz von der Firma Dell und ich würde Ihnen heute gerne den neuen Dell XPS 18 vorstellen. Das ist ein All-in-One-PC. Das heißt, alle wichtigen Komponenten sind im Gehäuse des Monitors schon eingebaut. Die Besonderheit hier, er ist sehr leicht und sehr flach, wie man hier ganz gut sehen kann. Das Gewicht beträgt nur 2,2 Kilogramm, also ähnlich wie ein traditionelles 15-Zoll-Hobock. Sie kennen üblicherweise All-in-One-PCs als Geräte, die irgendwo an einem festen Platz in der Wohnung stehen. Das heißt, immer wenn Sie das Gerät benutzen wollen, müssen Sie in diesen Raum reingehen. Das schränkt natürlich die Verwendbarkeit etwas ein. Deswegen haben wir auch hier sehr stark auf das Gewicht Wert gelegt. Das XPS 18 hat den Vorteil, Sie können es aus der Halterung einfach rausnehmen und innerhalb der Wohnung irgendwo hintransportieren, wo Sie es gerade benutzen wollen. Sei es jetzt in der Küche, wo Sie vielleicht ein Rezept nachkochen wollen aus dem Internet oder im Kinderzimmer, wo die Kinder was spielen wollen. Man kann sich zum Beispiel auf der Terrasse abends nochmal einen Film anschauen oder Musik hören mit dem Gerät. Es ist also sehr vielseitig und von der Nutzbarkeit her deutlich besser als ein traditioneller All-in-One-PC. Der Bildschirm an sich ist eine 18,4-Zoll-Diagonale und wir haben eine Full-HD-Auflösung, das heißt die klassische Auflösung von aktuellen TV-Geräten zum Beispiel. Und das macht das Gerät auch wieder sehr interessant, wenn Sie zum Beispiel Bilder bearbeiten wollen oder Videos bearbeiten wollen aus dem Urlaub. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich es einfach wieder rausnehmen und kann zu meinen Freunden oder zu meinen Eltern fahren, um Ihnen die Fotos oder Videos zu präsentieren. Also wirklich eine sehr freine Sache. Wenn Sie das X-Pace 18 ohne den optional verfügbaren Standfuß nutzen wollen, haben Sie weiterhin nochmal drei Möglichkeiten, das Gerät auf dem Tisch zu positionieren. Sie können es einmal einfach hinlegen natürlich. Das ist ideal, wenn man zum Beispiel was zeichnen will oder um sein Foto sich anzuschauen und dann einfach per Finger durch die Bilder zu gehen. Man kann allerdings auch zwei Standfüße benutzen, die wir auf der Rückseite von dem Gerät eingebaut haben. Die kann man einfach auskloppen und kann dann das Gerät hinstellen mit einem 70-Grad-Winkel, ähnlich zum Beispiel wie ein digitaler Bilderrahmen. Man kann es aber auch umdrehen und das Gerät dann in einem 20-Grad-Winkel auf den Tisch stellen, um auch wieder mit der Touch-Oberfläche arbeiten zu können. Das X-Pace 18 ist verfügbar auf der Webseite www.del.de zum Einstiegspreis von unter 1.000 Euro.